Hallo Leute, fröhliches Postweihnachten. Wir haben Januar 2019, Winter ist eingebrochen, die Leute versinken alle im Schnee, was noch Schreckliches passiert, ein neues Video ist rausgekommen, was sonst? Keine Ahnung, 2019 ist sonst eigentlich, ist 2019 eigentlich relativ alles unglücklich verlaufen, nur wir haben alle Weihnachten gehabt und Geschenke bekommen, Weihnachtslieder gesungen, Kekse gebacken und gegessen, ich habe einen 100 Euro Gutschein bekommen, sonst? Ja, Alkohol, Eierlikör, so voll war er mal. Ich bin aber ein ein Viertel voll Mensch und nicht ein Dreiviertel Leermensch, also das ist alles gut. Bettwäsche haben wir bekommen, yeah, zum drin schlafen und Sachen machen. Ich schüttle diesen Eierlikör, damit er rausgeht. Viel besser, Weihnachtsbier. Was habt ihr alles so bekommen? Schreibt es unten rein in die Kommentare, eure Geschenke, was andere Leute wollen und was ihr wolltet und was euch geschenkt haben. Soviel dazu und wir können natürlich alle fragen, was sie bekommen haben. Können ja auch immer googeln, was die Leute bekommen haben. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Was hast du euch zu Weihnachten gekriegt, Juri? Ja, Billigsuchtzwerge! Yay! Ah, Geschenke auspacken! Oh, no!